Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Algeco. Wir schaffen Räume. Die Firma Algeco ist unterwegs im Bereich vom Bauen der Kitas, Schulen und Büroanlagen, aber auch bei ihren Erntehelfern vor Ort, beispielsweise für die Unterbringung ihrer Saisonkräfte, schaffen wir Räume. Mit 15 Standorten in ganz Deutschland sind wir immer in ihrer Nähe. Mit einer Mietflotte von ca. 50.000 Containern ist die Verfügbarkeit sichergestellt und wir können Ihnen vom Raumcontainer bis hin zum Sanitärcontainer Unterkünfte in aller Art bieten. Unsere 360-Grad-Services umfangen einmal die Lieferung, Montage der Container, aber auch gerne die elektrische Inbetriebnahme als Einbau in einer Küche oder die Ausstattung der Container, wie Sie sie im Hintergrund sehen können. Betten, Spinte, Kühlschränke oder ähnliches stehen zu ihrer Verfügung. Hier befinden wir uns jetzt in einem Standardraumcontainer, welcher mit Windfang ausgebildet wurde. Dieser Windfang ist optional, hat die Funktion, dass einmal wenn ein Bewohner hier drin lebt, dass die gesamte Hitze oder Kälte, je nachdem, nicht auf einen Schwung hinausgeht. Und hier durch diese Tür kommt man dann, wie Sie sehen können, einmal in den Raumcontainer hinein. Wir haben hier einmal das Bett, einen Kühlschrank und einen Tisch. Wahlweise können wir auch gerne zwei Betten oder auch noch einen Schrank oder ein Spind oder Ähnliches dann mitliefern und in den Mietumfang mit einpassen. Wie Sie hier sehen können, bieten wir von der Firma Algeco Ihnen Raumcontainer zur Miete an. Sie können auch Sanitärcontainer, aber auch Lagercontainer bei uns mieten. Sämtliche Raummodule, die zur Miete zur Verfügung stehen, können Sie bei uns auch kaufen. Oder wir planen mit Ihnen gemeinsam ein modulares Gebäude gemäß der Gebäudeenergie gesetzt für eine dauerhafte Standlösung. Expo SE und Expo Direkt. Das Führen der Messe-Duo für die Spargel- und Beerenproduktion sowie die Direktvermarktung.